Applaus Sehen die, die sie im Nennen sind, wenn sie mal so das Netz hier rumreißen wollen. Auf diesen Ball, eigentlich wird sie schon gesehen, dass er den immer wieder über den Tisch semmelt, ohne da im Wesentlichen was zu verändern. Der Ball besser entgegen, den schlägt er besser zu, was immer man da tun kann. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Publikum zu spielen, aus der Ballonverteidigung heraus. Der genungene Rolomans und sonst noch etwas, was Alex Flemming auch sehr gerne macht. Aber der hat heute noch kein Einzelgewand. Und steht jetzt fünf Matchspielende wieder.